Also unser Nehmann-Tag ist immer was ganz Besonderes. Erstmal das Networking, vorher und nachher, ideal. Aber auch die Zusammensetzung Referenten war ideal. Herr Lehmann war hochinteressant. Mir gefällt immer der gesamte Tag in seinem Gesamtablauf. Ich finde die Kombination toll. Ich finde es toll, dass der Oberbürgermeister hier war. Ein tolles Zeichen. Und die beiden Innovationspreise fand ich einfach auch fantastisch. Also das Package macht es, finde ich. Dieser Impuls, den Leuten im Betrieb auch mal die Zeit zu geben, mal über den Tellerrand hinaus zu gehen, das ist sicherlich eine sehr gute Anregung von Frau Zühler gewesen, die ich auf jeden Fall für uns mitnehmen werde. Also ich finde es immer gut, dass man so ein paar neue Impulse bekommt, dass man mal was hört, was man so im Geschäftsalltag nicht hört. Ich komme aus einer Gießerei und einer Metallbearbeitung. Das ist halt eine völlig andere Welt als das, was man hier hört. Man hört halt mal so was über den Tellerrand hinaus. Und ich finde das immer ganz inspirierend. Ganz wichtig ist hier das Networking, um die Kollegen zu sehen. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen. Einmal im Jahr. Und das ist wirklich gut investierte Zeit. Das Netzwerken, andere Eindrücke, andere Branchen kennenzulernen, andere Modelle mitzunehmen, das ist eigentlich das Spannende, auch dann im Nachgang jetzt noch weiter Kontakte zu knüpfen. Und das möchte ich natürlich gerne weiter ausbauen in den nächsten Jahren. Ich bin hier immer einmal im Jahr. Für uns ist das immer eine Möglichkeit, neue Ideen zu kriegen, Anregungen zu kriegen. Und deshalb ist das sehr wichtig für uns. Ich bin schon lange Jahre immer eingeladen. Ich freue mich auch jedes Mal über die Einladung, weil es auch sehr wichtig ist, auch Netzwerke zu pflegen, neue zu knüpfen. Heute auch wieder geschafft. Ich finde es unglaublich spannend. Ich finde die Atmosphäre wirklich was ganz Besonderes. Einfach zu sehen, wer kommt da alles und wie der Austausch ist und dass das wirklich ernst genommen wird von den Unternehmen, finde ich einfach spannend.